Ein wunderherrliches Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein the Old Blood. Luke dicht? So muss das sein. Achso, das ist ein Dings. Das ist so ein Damm. Chapter 2, Docks. Okay. Achso, und jetzt geht's weiter mit Ray Shooter, oder was? Ich war zu langsam, sonst hätte ich die Armor noch gekriegt. Ah, noch wer? Ach, hier unten ist alles voll. Ich kill jeden goddamn Nazi hier. Einmal abreißen, das Ding. Darf ich jetzt aussteigen? Ja. Was ist denn hier noch einer? Da sind noch mehrere. Die drei Hanse hier unten, die sind doch gerade erst gespawnt, oder was? Wow. Umhampelt da rum. Sogar zwei! Bam! Jetzt haben wir Ruhe. Irgendwo Gold? Nö. Ist das nächst... Echt jetzt? Ich gehe jetzt gleich einfach mit dem nächsten Boot weiter. Wollt ihr mich rollen? Bisschen Armor könnte ich noch gebrauchen. Oben ist from the other side. Aha. Von der anderen Seite öffnen. Okay. Ist das linke Tor? So, bestimmt einmal abtauchen, um Gold zu finden. Aber... Habe ich jetzt nur mäßig Lust drauf? Hier einmal alles abzusuchen. Das lohnt uns ja auch nur hard down, ne? Also insofern... So... Hier... Die geht auch nur von der anderen Seite auf. Als ihr die anderen Teile verpasst habt, haue ich euch die... Links zur Playlist jeweils. Also zu... The New Order und Teil 2 The New Colossus. Gerne nochmal in die Beschreibung. Das mache ich sowieso. Aber... Ja, ihr habt sie auf jeden Fall da. Nein, ich wollte die... Achso. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich wollte die Rüstung haben. Ich bin nämlich nicht maxed out von Armor. Mach auf die Luke. Oh! Äh... Ich glaube, sie ist von hier auf den Faden. Ich bin nicht mehr von hier. Bomben-Schuss? Was ist das denn? Wackel doch nicht so rum. Da oben ist ein Commander, ne? Da oben war einer. Haha! Das war ein sehr, sehr guter Schuss. Ach, du... Ahnst du es nicht. Fuck. Was ist denn die Bomben-Schuss? Ich wechsle meine Position! Ach, das ist... So ein Rifle! Geil! Aber die bringt uns jetzt leider gar nicht so viel. Wir gehen noch gar nicht weiter. Wir müssen erst mal noch gucken. Nach Loot! Den hatten wir super sauber erwischt. Ach, hier hat man auch rein sneaken können, ey. Oh, wir haben einen Schlüssel gefunden. Und die Map? Die wir uns, by the way, mal öfter angucken sollten. Wenn ich hier schon... Alles mitnehmen will. Was ist denn hier? Nichts. Okay. Naja, dann geht's jetzt weiter den Tower hoch. Schlüssel haben wir ja. Ballern uns weiter durch jeden Nazi-Bastard, den wir finden. Aha! Also, ich legte im Bett neben diesem Mädchen und lag. Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegt. Legen, liegen. Wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Ist wir jetzt die Geschichte hören oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum magst du ständig auf jedermanns Grammatik kommen? Weil ich an die Erhaltung der Reinheit unserer wunderschönen Sprache glaube. Damit wir nicht der Barbarei verfallen. Na dann erzähl ich die Geschichte hören, du nicht. Ergib dich her. Er ist der Grammar-Nazi. Die haben hier einen echten Grammar-Nazi. Ich hab ganz schön verkackt. Ich dachte, die würden das nicht mit... Ich den da wegmachen. Ich glaub, die Bomben-Schuss ist hier gar nicht so verkehrt. Obwohl ich den Namen echt dumm finde, aber... ...Boom-Shot quasi. Ist halt quasi so eine Mischung aus... ...K-98. Und der Stan irgendwie so. Also so von der Optik. Wow. Ich hab mir ganz schön tief gefallen. Jungs, holt ihr mich hoch? Ne, da muss ich hochklettern. Einmal das Rohr auseinander. Und ab nach oben. Was ist denn? mit dem schwert hier das könnte ich gebrauchen statt dem rohr obwohl mit dem schwert kann man schlecht so wende hochklettern und das secret area das habe ich heute schon öfter gelesen da ich heute einfach mal das erste dumm durchgespielt was auch im game pass jetzt ist das ganz ganz alte doom von 93 das habe ich das erste mal heute durchgespielt ich habe das schon öfter mal ausprobiert und dachte immer so wir haben 2000 schießt mich tot aber es ist halt ein klassiker den man echt mal gespielt haben sollte hier hä ach da oben Not von Helga Ja und wie kommen wir jetzt weiter hoch? Das muss doch hier jetzt weiter hoch gehen. Ach hier geht's durch. Da ist noch ein Messer, jetzt können wir ein Messer werfen, weil wir jetzt mehr als eins haben. So zum Beispiel. Das muss man natürlich auch wieder mitnehmen. Guten Tag! Möchten Sie mit mir darüber reden, dass Ihr Glaube beschissen ist? Hm. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Und da kommen wir... Hier geht's weiter. Allrighty then! Ach, das sind die? Hier, okay. Das ist das, was ich vorhin schon probiert habe, was aber nicht geklappt hat. Ich denke, wenn wir mit einem Bombenschuss jemanden im Gesicht erwischen, dann war da mal die längste Zeit im Gesicht. Ich glaube, das Ding macht echt Löcher. Noch weiter hoch sneaken. Sneaken vor allen Dingen. Hoch klettern. Guten Tag! Autsch! Einmal auf die Luke. Und hoch. Na? Okay. Immer erstmal nach hinten gucken, Leute. Und da hätte jederzeit Gold liegen können. Jetzt weiß ich, woran das eine Anlehnung ist. Call of Duty. Genau über mir, ne? Ja, da. Da links war grad einer. Also hier. Hier. Der muss weg. Oh fuck. Ich dachte, er ist explodiert. Okay, so viel Bums hat die doch nicht. Wow. Bad Nahkampf kill. Wow. Bad Nahkampf kill. Wow. Genau. Wusstest du, was ich vorher hab? Hahaha. Scheiße. Okay, dann probieren wir es einfach nochmal. Ach man. Und nach oben und nach oben und nach oben. Jetzt wieder einer durch die Tür. ja so geht er doch auch noch jemand stress wenn hier noch jemand wird wird es lassen noch jemand irgendwelche todeswünsche ja sein könnte dass das ding dann runter kommt kann man das? ne kann man nicht kaputt schießen das wäre es ja gewesen übrigens bete ich dafür dass wir bevor indiana jones kommt ein wolfenstein 3 kriegen bj saga muss abgeschlossen werden ich weiß halt noch nicht genau was in dings in young blood passiert allerdings spielt man da ja seine töchter die ihn suchen gehen wird jetzt mal einfach nicht davon ausgehen dass er stirbt am ende oder so ach wir sind schon in einem gefecht na dann oh oh yeah konnte man das nochmal? ah genau im letzten teil war das ja mit dem sturmgewehr glaube ich ne new order ok ok noch oh weißt ja nie ob da was hinter ist ne? ach hier sind wir wieder oh weißt ja nie ob da was hinter ist ne? hier sind wir wieder das war glaube ich dein arm oder? alter alter ha 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 fragt die bomben schuss warum gibt sie sonst nicht mehr? also in keinen anderen wolfenstein spielen ok das öffnet sich auch von der anderen seite hier haben wir das tor extra aufgemacht nach links aber hier führt keine schiene lang das heißt wir müssen ja jetzt selber lang schwimmen oder wat? da machen wir mal ein schwimmerchen da machen wir mal ein schwimmerchen oba das Visier einpacken wa? ich glaube so viel Long Range Kämpfe machen wir jetzt erstmal nicht alter stirbst du jetzt vielleicht mal? Scheiße was war denn sein Problem? Achtung! getroffen! aah 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 Ich möchte übrigens die abgesägte Schrotflinte wieder haben. Oh. Oder die Schrotflinte. Die finde ich ja auch ganz cool. Die hat auf jeden Fall was. Oh. Zettel. Achievement. Glanzleistung. Sammle acht goldene Gegenstände. Geil. Ganz lustig, dass die Achievements halt trotzdem auf Deutsch sind. Oh, das war ja, als wir auf der PS4 die, äh... The New Order gespielt haben auch. Oh. Und ob die Luke. Okay. Ich sollte den Weg in die Koppel öffnen. Ja. Dann müssen wir den Weg auf den Koppel öffnen. Hier sollte ich definitiv was anderes nehmen. Okay, für dich. Wir können auch gerne wieder die Schrotflinte. Du magst den ja so gerne. Na, linds mal raus. Oh man, genau wenn ich schieße, oder was? Ich dachte erst, die Granate wäre viel weiter von mir weg. So, haben wir es jetzt. Jetzt haben wir jetzt wieder Freunde. Ach, wir werden die Freunde. Hier lag doch grad was. Auch Wayne. Live Armor. Ah, Live und Voll, aber Armor wäre ganz cool. Okay. Wir sind durchs Tor. Was wollen wir noch mehr? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Kritik, Spielvorschläge gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wolfenstein The Old Blood. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. �� mal. パ Mischoき. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann.